Ja, auf dem Wasser passiert gerade nicht so viel, außer dass es gerade ziemlich neblig wird, deswegen befinden wir uns jetzt hier bei dir in deiner kleinen Einraumwohnung. Kann man so sagen, Michel, wie war denn die erste Nacht, die du hier verbracht hast? War sehr gut, es war tatsächlich wärmer als erwartet, weil gestern Nacht sollte eigentlich Unwetter kommen, es soll regnerisch sein, etc. Deswegen habe ich mich auch dazu entschieden, quasi im Innenraum zu schlafen, da kann man die Bänke dann einfach dementsprechend anordnen und hab dann auf das Dach verzichtet und das war sehr gut. Was ist jetzt hier sonst noch so passiert in den letzten 24 Stunden? In den letzten 24 Stunden? Also das Auto wurde auf jeden Fall sehr viel genutzt, um zu chillen, wenn man das so sagen kann. Wir hatten nämlich noch keine offiziellen Wettfahrten, wir haben es einmal kurz versucht, aber dementsprechend waren wir die meiste Zeit am Strand und nicht auf dem Wasser. Und wen hattest du hier so als Gast? Ich hatte eigentlich die anderen Hotelbesucher quasi als Gast, wir sind immer mal so durchgetauscht zwischen den Hotelzimmern, aber der Rote hat sich doch irgendwie als Zimmer für alle erwiesen. Also das heißt, deiner ist der beliebteste? Ja, und es hat halt auch den besten Standort, man kann direkt den Flaggenmast sehen, gut für uns, man kann aufs Wasser sehen, man kann alle anderen sehen und ja. Habt ihr darum gestritten, wer welchen bekommt und du hast das Beste losgezogen oder wieso hast du das Glück hier jetzt sozusagen den in der Pole Position zu bekommen oder bekommen zu haben? Nö, das war eigentlich nur Glück. Also die waren vorher schon zugelost und ich hatte da zum Glück so halbwegs Connections von den Leuten, die die zugeklebt haben mit unserem Namen drauf. Deswegen habe ich hier den in der Pole Position bekommen. Aha, das heißt, du hast vorab da schon deine Kontakte spielen lassen? Ja, aber nicht mit Absicht. Ich habe nur ein nettes Bild schon bekommen, als ich noch auf der Anreise war und dann wusste ich schon, okay, ich habe auf jeden Fall den coolsten oder werde den coolsten haben. Jetzt ist ja hier auch ein Kollege dabei, der Julien. Singt ihr euch hier nachts in den Schlaf oder lasst ihr euch eher vom Meeresrauschen hier besäuseln? Unterschiedlich, bis jetzt eher das Meeressäuseln, aber ja, das wäre eigentlich eine gute Idee, wenn der sich hier noch mal hinsetzen könnte zum Singen. Ja, oder? Ja, dann vielen Dank dir, Michel und schöne weitere Nächte hier am Strand. Danke sehr.